Hallo und Servus, schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Obersteiermark Magazins. Ich darf Sie in dieser Woche durch das Programm begleiten und was es alles Neues gibt, das zeigen wir Ihnen wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Wir waren für Sie beim Obdacher Marktfest unterwegs, waren bei der White Party im Schwimmbad Knittelfeld, haben für Sie das Familienfest im Zeltweg besucht und haben im Interview der Woche mit Romana und Mario über das Benefizfestival Gänsehaut statt Gänsemarsch geplaudert. In Obdach fand kürzlich im Rahmen des Aufzirbelns das allseits beliebte Marktfest statt. Was es dort für die Besucher alles zu sehen gab, das haben wir für Sie im nächsten Bericht zusammengefasst. Zuckerwatte, gute Musik und eine Wappenverleihung, all das und noch vieles mehr gab es vergangenes Wochenende beim Obdacher Marktfest zu essen, zu hören und zu sehen. Am Samstag wurde das Fest vom Obdacher Bürgermeister Peter Bacher feierlich eröffnet. Das freut uns auch immer wieder, dass so viele kommen, dass auch viele Gäste kommen und wir haben ja heuer erstmalig ein Treffen auch der ehemaligen Obdacherinnen und Obdacher bei uns veranstaltet, gemeinsam beim Marktfest und das freut uns natürlich schon besonders. Ein bedeutsamer Akt bei der Eröffnung des Marktfests war die Verleihung des neuen Obdacher Wappens. Der Hintergrund, dass es ein neues Wappen gegeben hat müssen, war eigentlich der, dass es mit den hierarchischen Farben nicht zusammengepasst hat. Und da sind wir eigentlich erst nach 5, 6 Jahren draufgekommen und bei der Fusion hat sich das jetzt ergeben und das hat man festgestellt und darum haben wir das machen müssen. Das Neue ist wieder wunderschön geworden. Es hat sich eine Farbe verändert beim Turm. Die war früher rot, ist jetzt in Gold. Aber es passt glaube ich trotzdem. Es ist sehr schön geworden. Verliehen wurde das Wappen von Landesrat Johann Seitinger. Die Heraldiker haben hier eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ich glaube dieses Wappen passt ganz gut auch hier zu dieser schönen Marktgemeinde Obdach, weil es genau das aussagt, was die Gemeinde seit vielen Jahrhunderten eigentlich lebt, nämlich Handel, große Gesellschaft, tüchtige Vereine, Zusammenhalt. Alles ist eigentlich hier in diesem Wappen verpackt. Ich kann nur gratulieren. Im Zentrum der Eröffnung des Marktfests stand zudem die Sportlerehrung der zahlreichen herausragenden Obdacher Athletinnen und Athleten. Beim Fest mit dabei war natürlich die Zirbenkönigin Samt Zirbel, befindet sich Obdach doch mitten im Herzen des Zirbenlandes. Das Obdacher Marktfest war dank ausgelassener Stimmung und vielen tollen Programmpunkten eine gelungene Veranstaltung für Groß und Klein. Mit Unterstützung von Bund und Europäischer Union In Knittelfeld wurde kürzlich zur White Night geladen. Die Location dafür war das Knittelfelder Schwimmbad, feiert es heuer doch seinen 50-jährigen Geburtstag. Welche Highlights auf die Gäste warteten, das haben wir uns für Sie vor Ort angesehen. 50 Jahre Schwimmbad Knittelfeld. Dieses Jubiläum wurde vergangenes Wochenende mit einem wunderbaren Fest gebührend gefeiert. White Night hieß das Motto des Abends und dieser Dresscode wurde von allen Gästen sichtlich eingehalten. In ausgelassener Atmosphäre konnte man bei toller Stimmung den Samstagabend ausklingen lassen und die Livemusik genießen. Der Höhepunkt des Abends war die Mondenschau von Knittelfelder Betrieben, für die eigens eine Bühne aufgebaut wurde. Mit dabei bei der White Night war selbstverständlich auch der Knittelfelder Bürgermeister Gerald Schmidt, der sich sowohl von dem 50-jährigen Jubiläum des Schwimmbads als auch von der Mondenschau begeistert zeigte. Ja, und ich muss sagen, gleich alt wie ich ist das Schwimmbad. Ich habe nur einen Vorteil, das Schwimmbad musste öfter saniert werden. Wir sind sehr, sehr stolz. Handel, Wirtschaft, Tourismus, Stadtgemeinde. Wir sind ein Team und dann sieht man, was geht. Und wir haben ein tolles Publikum gehabt, eine stimmungsvolle Gala Nacht. Ich glaube, es wurde gebührend gefeiert und ja, das ist Knittelfeld neu. Ich war begeistert und ich durfte ja auch sozusagen mitgehen und ich hoffe, ich habe ein entsprechendes Bild neben den Profis abgeben können. Gekrönt wurde der exklusive Abend mit einem romantischen Heiratsantrag, auf welchen mit Ja geantwortet wurde. Das Jubiläumsfest des Knittelfelder Schwimmbads unter dem Motto White Night konnte alle Besucher sichtlich überzeugen. Ein Fest für die ganze Familie wurde vergangenen Sonntag in Zeltweg veranstaltet. Auf die Besucher warteten lustige Spiele und sehr gute Verpflegung. In der Stadt Zeltweg steht heuer 50 Jahre Stadterhebung am Programm und das wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Vor kurzem fand beim Gelände des Wasserdurms das Familienfest statt. Die ideale Möglichkeit, dass Groß und Klein aus der Region gemeinsam Spaß erleben. Zeltweg wurde ja als familienfreundlichste Gemeinde ausgezeichnet und heute mein perfekter Anlass. Es passt das Wetter, es sind zahlreiche Eltern mit Kindern da. Das freut uns besonders und es ist auch eine Aktion vom Ferienspaß und Ferienpass, wo die Kinder dann teilnehmen und auch Punkte sammeln. Und wir freuen uns auf die weiteren zahlreichen Veranstaltungen. Auf die Besucher des Zeltweger Familienfestes warteten allerhand spannende und lustige Spiele. Ja, es ist in Zusammenarbeit mit der Firma Red Bull. Es gibt eine Klaunin, es gibt eine Hupfburg, es gibt zahlreiche Stationen, es gibt auch eine gesunde Station mit gesunder Jause, wo sie die Kinder stärken können. Und wir hoffen, dass es weiterhin so gut klappt. Die Freude über das gelungene Familienfest war auch von Seiten der Stadtgemeinde sehr groß. Wir sind total stolz darauf an der Stadtgemeinde Zeltweg, dass wirklich alle Familien gekommen sind. Mit Kind, Hund und Kegel sind alle hier und genießen das Familienfest mit ganz vielen Stationen, die sie auch gemeinsam teilweise bewältigen werden. Wir feiern heuer ein großes Jubiläum. 1966 ist der Stadt Zeltweg zur Stadt erhoben worden. Es gibt jetzt noch das Brauchtumsfest, das am 11. September stattfindet. Die Tännis-Stadtmeisterschaft auch was Sportliches mit über 140 Teilnehmern, die sich hier auch matchen. Da ist die Siegejährung am 10. September und dann das Fest der Vereine am 24. September. Für viel Gelächter unter den Kleinen sorgte Klaunin Polina mit ihrer tollpatschigen Art. Das Zeltweger Familienfest punktete mit tollen Programmpunkten und leckerer Verpflegung und war somit ein voller Erfolg. Christina Hornbacher aus Leoben bringt Umweltschutz, Upcycling und Kreativität unter ein Dach. Ihr Zuhause ist die Werkstätte ihrer kleinen Obsessories und die haben wir für Sie besucht. Altes Papier landet ja eigentlich immer im Container. Aber nicht bei Christine Hornbacher, denn sie sammelt das, was für andere in den Papiermüll kommt und zaubert daraus ihre unikaten Obsessories. Die 26-jährige Leonerin hat somit nicht nur ein kreatives Hobby gefunden, denn das Thema Umweltschutz liegt ihr schon ganz lange ganz besonders am Herzen. Damals habe ich den Girls Day veranstalten dürfen, also mithelfen dürfen. Und ja, was macht man mit 14-jährigen Mädels? Ihnen erklären, wie man am besten Müll trennt, das ist wahrscheinlich eher nicht so interessant. Und damals war genau das im Hype mit den Espressokapseln. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Schmuck aus Müll, das ist ja eigentlich eine viel gute Idee. Und das Problem war aber, dass wir eine Bahnenmaschine daheim gehabt haben und damit keine Espressokapseln. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe aber eigentlich viel, viel Zeitschriften daheim und vielleicht kann man mit denen ja irgendwas machen. Und so ist die Idee eigentlich entstanden. Christinas Obsessories sind neuwertige Schmuckstücke, die aus Upcycling-Produkten entstehen. Jedes einzelne Accessoire ist somit ein Unikat und hat auch für die Künstlerin eine große Bedeutung. Ich möchte auf jeden Fall noch ganz viele Obsessories machen. Mein Ziel ist ja immer, neue Sachen auszuprobieren und auch zu schauen, was man mit Papier eigentlich alles erreichen kann und machen kann und umsetzen kann. Und ja, für mich gefreut es immer, wenn sich Kunden über die Obsessories auch gefreien. Und ja, mein Ziel ist ja eben, dass ich immer mehr Leute frei damit mache. Christina hat in ihrer Werkstatt zu Hause lange mit Altpapier geübt und ausprobiert, bis sie ihre perfekten Techniken entwickelte. Hier bringt sie Recycling und Upcycling sowie Kreativität unter ein Dach. Und am liebsten ist es ihr, wenn sie die Wünsche ihrer Kunden erfüllen kann. Mittlerweile stellt sie ihren Schmuck auch auf Facebook aus. Und sonst kann man Christina und ihre Obsessories auch immer gerne am Leobner Kunsthandwerksmarkt besuchen. Wir von Kanal 3 stellen Sie und Ihr Talent ins Zentrum Judenburg. Und im September nach der Gig-Sommerpause haben Sie die Möglichkeit, sich für den 180er Gig der Woche anzumelden. Nutzen Sie die Zeit im Sommer und proben Sie fleißig. Warum? Das erzählt Ihnen die Band Knackquatschen. 180 Sekunden, eine Bühne, dein Talent. Kanal 3 sucht euch. Wir sind Knackquatschen. Liebe Proberaumsitzer, kommt aus euren Proberäumen. Stellt euch auf die Bühne. Ihr habt eine gute Chance, dass ihr mitmacht, dass ihr ein bisschen bekannter werdet. Das wird, glaube ich, nicht so schlecht. Meldet euch bei dem Kanal 3, 180er Gig. Viel Spaß, viel Glück. Infos gibt es unter gig.kanal3.tv Ja, aber wir haben nicht so leicht, das geht nicht so leicht. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira Das war eine gute Idee von dir. Einfach chillen und Fernsehen. Bei mir daheim ist der Fernseher finster. Du, das analoge Fernsehen wird in ganz Österreich abgeschaltet. Mein digitales Fernsehen haben übrigens die Jungs von den Stadtwerken Junburg installiert. 24 Stunden Für sie da In unserem aktuellen Interview der Woche habe ich mich mit Romana und Mario getroffen, um über das bevorstehende Benefiz-Festival Gänsehaut statt Gänsemasch zu plaudern. Für das Interview der Woche sind wir heute in der Simultane Lichtenstein in Junburg. Und mir gegenüber sitzen Romana und Mario. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir zu plaudern. Hallo Der Grund für unser Treffen ist eine jahrelange Idee, die du Romana schon hegst und zwar ein Benefiz-Festival in die Region zu bringen. Was hat dich auf diese Idee gebracht? Jahrelange Pflege, also Arbeit in der Pflege und viele Bekannte mit einem Handicap. Ja Das heißt, das war auch der Grund, der Kontakt zu diesen Menschen, dass du sagst, ich will eine Veranstaltung für sie organisieren? Mhm, genau, ja. Okay, die Idee, jetzt müssen wir ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen. Du hast jahrelang Zeit gehabt, du hast sie reifen lassen können, jetzt ist alles fix, das Projekt eigentlich steht. Und am 20. August wird es über die Bühne gehen. Wo und was darf uns dort erwarten? Es erwarten uns sechs Musiker, ein Redebeitrag von Mario, wie es ihm geht mit seinen Handicap, wie es ihm mit den Blicke von uns gesunden Menschen geht. Und das Ziel von der Veranstaltung sind ein paar Euros für Mario für seinen eigenen E-Rollet. Okay, das heißt natürlich eine Benefiz-Veranstaltung, der reiner Lös, Mario kommt dir zugute. Ja. Wie ist das für dich, was haltest du von Romanas Idee? Ich finde es ganz genial. Ich finde es spitze, was es macht. Und wie ist das Gefühl für dich, weil du ja auch profitieren kannst davon und eine neue E-Rolle bekommst. Wie ist das Gefühl für dich? Ganz toll, weil ich kann, ich kann ausgefahren, wann ich brauche nicht mehr auf die Betreuerfragen, wann sie Zeit haben für mich. Ich kann einfach ausgefahren. Ich fahre zum Beispiel alleine in der Stadt. Und ja, es passiert mir nichts. Das heißt für dich ganz viel Unabhängigkeit, wenn du dann einen neuen E-Rolli hast. Ja genau, das heißt für mich. Und ich freue mich eigentlich, wenn ich ganz allein fahren darf. Rennen wir aber noch einmal genauer über das Festival. Der Titel des Festivals ist Gänsehaut statt Gänsemarsch. Wo findet das jetzt statt und was passiert dort? Okay, in der Grünen Lagune um 16 Uhr. Es sind eben wie gesagt sechs verschiedene Musiker. Zum Schluss spielt ein DJ. Ja, es wird einen Redebeitrag von Mario geben. Wie es ihm geht mit seinem Handicap. Was er für ein Handicap hat. Wo seine Wünsche, seine Ziele sind. Ich darf auch einmal Zusammenhalt. Und welche Bands sind es? Ja, Maya Smoothie, Stefan Wederm, der Flo, der Gruber, Dave Slide, Ditch Triggers. Das heißt, ein bunt gemischtes Programm. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Mario, schaust du selbst auch zum Festival? Also du sprichst natürlich auf der Bühne. Auf was freust du dich dort besonders? Ja, ich bin ganz neugierig, wie das abläuft. Und ich habe noch nie vor so vielen Leuten geredet. Und bin ganz schön gespannt, wie es da abläuft. Aber ich bin mir sicher, du wirst das ganz toll machen. Ich hoffe es, ja. Und noch einmal zum Eintritt oder zu den Karten. Wie funktioniert das? Wo kann man sich darüber informieren? Es ist freiwillige Spende. Und da wird es eine Box geben. Da kann auch jeder eingeschmeißen, so Führer will und wie er will. Und das kommt dann dem Mario zugute. Also auch der Eintritt. Ja, genau. Der Rainer Dös kommt dem Mario zugute. Wie war das ganz allgemein für dich? Das ist die erste große Veranstaltung, die du organisierst. Wie ist es dir dabei gegangen? Und hast du irgendeine Unterstützung dabei bekommen? Ich habe ganz viel Unterstützung bekommen. Also es war eigentlich keiner, der gesagt hat, nein, ich helfe dir nicht. Es war schön, weil man dort schon gespielt hat. Hey, es gibt doch noch einen Zusammenhalt. War ja, schon stressig, freilich. Aber im großen und ganzen Vollschein eine schöne Erfahrung, ja. Und von den Bands und DJs jetzt, war es leichter, sie dafür zu motivieren, eben weil es ein guter Zweck ist, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wie waren die Rückmeldungen der Bands und Acts? Was hörten sie von deiner Idee? Ja, die waren alle total begeistert. Da war auch kein einziger dabei, der gesagt hat, nein, also spielen auch alle ohne Garsch. Und freuen sich schon. Extrem. Mehr als ich sogar. Die Spitze. Ja. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass das Festival Gänsehaut statt Gänsemarsch ein voller Erfolg wird. Wird es dann eine Wiederholung geben? Von mir nicht. Also es wird vielleicht jemand anders machen, aber ich näher mal. Okay, das heißt für dich soll das eine einmalige Geschichte sein? Ja. Ja. Gut. Ernsthaft? Ja. Ja, aber vielleicht Mario, findest du jemand anderen, der dann das nächste Mal ein Festival organisiert? Ja, ich frage. Da lässt sich bestimmt jemand finden. Ja. Wir nutzen natürlich das Interview der Woche auch immer gern dafür, meine Interviewpartner und Partnerinnen etwas besser kennenzulernen. Was macht ihr denn sonst so? Wie verbringt ihr eure Zeit, wenn ihr nicht dabei seid, ein Festival zu organisieren? Ja, ich bin eine alleinerziehende Mama, gehe ab und zu reiten, wenn ich Zeit habe und verbringe halt viel Zeit mit der Kleinen. Und Mario, wie verbringst du gern deine Zeit? Mit Freunden treffen, Computern und ja, lang aufbleiben. Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angelangt und ich würde euch jetzt noch bitten, mit mir den Kanal 3 Wortrap durchzuführen. Mario würde sagen, wir fangen an. Ich sage dir ein Wort und tu das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Morgens. Stehe ich auf. Zum Frühstück. Käsebrot. Lieblingsgetränk. Kaffee. Lieblingsessen. Pasta Shooter. Glück. Glück. Glück, unterwegs zu sein. Zukunft. Zukunft. Hoffentlich mit meinem Eherolli. Das hoffe ich natürlich auch. Jetzt machen wir mit der Romana weiter. Romana, morgens. Die Kleine. Glück. Meine Kleine. Familie. Gesundheit. Liebe. Schön. Lieblingsbeschäftigung. Die Kleine. Zukunft. Ja. Meine Zukunft. Ja. Dass ich finanziell gut unterwegs bin. Dass die Kleine gesund ist. Dass ich gesund bin. Alle, die ich lieb habe. Ja. Ja. Dazu. Danke. Ja gut, ihr zwei. Ich bedanke mich für das total lustige Interview. Für die Zukunft wünsche ich euch alles Gute. Und natürlich auch für das Festival, dass es ein voller Erfolg wird. Danke. Und du natürlich davon einen Eherolli bekommen kannst. Okay. Danke. Hat mich gefreut. Ja, uns auch. Danke. Ja, uns auch. Weiter geht's jetzt mit unseren Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelski. Bauleitung Murtal. Herrenhandball Bundesliga start in die Saison 2016-2017. Am 25.07. startete die Vorbereitungszeit in die 7. Herrenhandball Bundesliga. Eine Saison, in der vieles neu sein wird. Mario Maretic übernahm als Spielertrainer das Ruder. Und auch das eine oder andere neue Gesicht wird man bei den ATV-Herren in der kommenden Saison sehen. Der Litauer Gittis Smandowskas wurde von Union Leoben an den ATV-TTI-Group Trofajach verliehen und soll vorab bis Dezember eingesetzt werden. Ihm zur Seite steht Stefan Kalowski, der ebenfalls vom größeren Handballbruder im Bezirk geliehen und die komplette Saison in der Herrenhandball Bundesliga aktiv sein wird. Die österreichischen Staatsmeisterschaften im Speedskating auf der Straße in Neunkirchen am 6. und 7. August wurden zu Zeltweger Festspielen. Der Vizemeistertitel ging an Gloria Türschmidt, 21 österreichische Einzelmeistertitel und weitere 10-mal Edelmedall wurden von den Athletinnen und Athleten geholt. Die Skater des Atus Zeltweg wurden zweitbeste Mannschaft der Meisterschaften. Für das Heimrennen in Zeltweg am 27. August, den steirischen Meisterschaften auf der Bahn im Sportzentrum, ist das Team voll motiviert und äußerst zuversichtlich. Fünf junge Männer aus Nordedewecht verbrachten ihre Ferien auf zwei Rädern. Mit ihren 2,5 PS Buchmofas durften sie 1250 Kilometer von Nordsachsen nach Judenburg und das in nur sieben Tagen. Egal ob kaltes Regenwetter oder Zwangsstops zwecks kleinen Reparaturen, nichts konnte ihnen auf dem Weg zum Buchmuseum das Ziel ihrer Reise war, die gute Laune verderben. Letztlich kamen sie Sonntag in der Nacht gesund und munter in Judenburg an und konnten dann am Montag endlich das Buchmuseum besuchen. Anarchisch, verrückt, brillant. So lässt sich ein Konzert von Gang Kino Circus beschreiben. Aber was heißt schon Konzert? Ein Auftritt, der für Musiker ist weniger ein Konzert, als vielmehr ein weltmusikalisches Schauspiel, ein kabarettistisches Spektakel, eine subkulturelle Sensation. Und das können sie im Rahmen des Spielberger Musikfestivals 2016 im Hotel Hubertushof in Zeltweg genießen. Am Mittwoch, dem 24. August, geben die vier Musiker ihr Gastspiel. Karten sind im Hotel Hubertushof sowie an der Abendkassa vor Ort erhältlich. Mehr Infos unter www.hotelhubertushof.at Das war unsere aktuelle Ausgabe von Kanal 3 Obersteiermark. Sie haben eine Sendung verpasst, dann besuchen Sie uns einfach auf www.kanal3.tv. Das aktuelle Programm finden Sie in der Murthaler Zeitung oder den obersteirischen Nachrichten. Im Namen des gesamten Kanal 3 Teams bedanke ich mich fürs Zusehen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020